Setz dich hin! Warum? Wir machen jetzt mal hier ein Fachgespräch zwischen Lurchers und Lurchers quasi. Wir müssen mal so ein bisschen schon mal resümieren hier über die Trainer-Challenge. Schau mal auf mit deinem Faxen, das ist ernst! Okay. Also, Trainer-Challenge Leipzig. Los ist gigantisch. Naja, ne, eben nicht. Was sagst du dazu? Also, wie fühlst du dich dabei? Ja, aber ziemlich gelangweilig. Aber sonst ist es eigentlich ziemlich cool. Ja? Vor allem so mit den Lurchers, ne? Ja, mit den Lurchers sowieso. Das... Lurchers? Lurchers? Ja. Nicht so wie manches in Wirtland. Ich hab schon ernst. Genau. Ich muss mal kurz arbeiten.